Liebe Studierende, liebe Erstsemester, ich heiße Sie ganz herzlich zum neuen Semester an der HTWG willkommen. Diejenigen unter Ihnen, die die Hochschule Konstanz schon kennen und ganz besonders unsere Erstsemester. Für Sie ist der heutige Tag der erste in einem neuen Lebensabschnitt. Wir haben übrigens eine Gemeinsamkeit. Für Sie wie für mich sind die kommenden Monate die ersten an der HTWG. Ich habe das Amt der Präsidentin Ende September angetreten und ich hoffe, Sie freuen sich auf Ihre Zeit hier so sehr wie ich. Wir beginnen das Semester in einer sogenannten neuen Normalität. Corona beeinflusst weiterhin die Lehrformate. Sie haben sich bewusst für eine Hochschule für angewandte Wissenschaften entschieden. Ein hohes Maß an Praxisorientierung, die Arbeit in Projekten, in Laboren und in Kleingruppen ist uns sehr wichtig. Wir setzen alles daran, Ihnen dies auch unter den aktuellen Bedingungen zu ermöglichen. Stets jedoch steht der Schutz der Gesundheit im Vordergrund. Und ich versichere Ihnen, auch in den digitalen Formaten werden Sie die Besonderheiten der HTWG kennenlernen. Unsere Professorinnen und Professoren sind sehr an jedem Einzelnen von Ihnen und an Ihrem Lernerfolg interessiert. Und Sie sind auch online für Sie erreichbar. Nutzen Sie die Möglichkeiten, sich auch digital mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen zu vernetzen. Und Sie werden sehen, auch online sind Projekte umsetzbar. Durch unsere digitalen Formate genießen Sie eine hervorragende Vorbereitung auf eine globalisierte, digitalisierte Arbeitswelt. Studieren bei uns heißt, Verantwortung für den eigenen Erfolg zu übernehmen. Wir unterstützen Sie dabei durch vielfältige Angebote. Bitte scheuen Sie sich nicht, Ihre Lehrenden, das Personal in Ihrer Fakultät oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zentralen Studienberatung anzusprechen, wenn Sie Hilfe benötigen. Und nehmen Sie die Formate in Anspruch, die wir Ihnen zur Unterstützung beim Lernen und in der Prüfungsvorbereitung anbieten. Wir haben schließlich einen gemeinsamen Wunsch, Ihnen ein gutes Studium und den Studienerfolg zu ermöglichen. Eine große Gruppe unter Ihnen hat unter Corona-Bedingungen die Abiturprüfungen abgelegt. Sie alle haben in den letzten Monaten bewiesen, dass Sie sich veränderten Situationen erfolgreich stellen können. Sehen wir auch die kommenden Monate als Chance, Neues auszuprobieren. Ich wünsche Ihnen ein Semester mit vielen bereichernden Erkenntnissen und haben Sie viel Freude dabei.